Ich befinde mich hier in Murte, in einem architektonisch-radikal konzipierten Pavillon von der Expo 02. Nachdem sich immer mehr Grossfirmen aus dem nationalen Projekt zurückzogen haben, baut die Expo-Führung jetzt vermehrt auf die Unterstützung von eher kleinen Unternehmen. Und die sind da bereits präsent. Mit denen, fast möchte ich sagen, patriotischen Unternehmen, möchte ich mich jetzt kurz unterhalten. Wie ist Ihr Name? Erkan Glebuluk. Was du wolle? Schöne Wasser? Sehr günstig. Nein, danke. Herr Glebuluk, in welcher Branche sind Sie mit Ihrer Firma tätig? Die türkische Supermarktion wollte ich so verstressen in Zürich. Jetzt will ich alle in diese Ausstellung. Sehr günstig. Die Expo hat ja den Pavillon da folgendermassen umschrieben. Murten thematisiert unter dem Motto Augenblick und Ewigkeit den Kontrast zwischen dem Jetzt und der Zeitlosigkeit. Wie sehen Sie das konkret? Deiner Gebab, schisch Gebab, haben wir Wurstkopf, die Scherzwiebeln, Gemüse. Aha. Und wie kommen Sie als Ausländer jetzt an die Expo? Hat Sie den Herr Steinegger? Hey du, ich kein Negger. Ich komme aus Sistema. Das ist einfach eine riesen Schweinerei. Hättet ihr mir gar sagen können, dass die Ausstellung da in einem leeren Hangar drin ist? Hat er keinen einzigen Hund? Ja, was? Das könnt ihr mit der Swiss Air machen, aber nicht mit dem Harry. Ja, was? Du bist doch einfach ein Pfeifer. Weisst du, was du nicht hast? Unternehmerisches Denken, jawohl. Sie gehören offenbar auch zu den Sponsoren von den... Saletti, du. Ich muss schnell ein Geschäfts-Telefon abschliessen. Lass mal, du Arteblast, du Künstlerische. Du, wenn ich dich das nächste Mal sehe, dann kommst du ein paar an die Schnorren rüber. So. Was darf es denn sein? Wir machen hier eine Reportage über Schweizer Unternehmen, die nicht nur an ihre Profite, sondern auch an ihre Nationalverantwortung denken. Und kaufen willst du nicht? Nur schnoren und dich da gratis aufgeilen, oder was? Was ist denn das für eine Art von Firma, die Sie da repräsentieren? Import-Export, wenn du weisst, was ich meine. Aber das hat ja nichts mehr mit dem Bild von der Schweiz als Villensnation zu tun. Ja, wahr? Was ist denn da, da? Das ist Mutter Helvetia zum Aufblasen. Ja, und das da? Das ist ein Basler Stab. Oder macht man den Türken denen Konkurrenz? Komm, Wurst, sehr wüsstig. Kulturfilm. Schweizerinnen, wie sie wirklich sind. Kleider für Schweizerinnen. Sehr günstig. Tja, im Laufe der nächsten Monate werden sich bestimmt noch weitere kleine Firmen an der Expo beteiligen. Wir gehen jetzt noch kurz zum Mediensponsor von dem Pavillon. Hello, ich bin der Roger Schawinski. Guten Abend. Herr Schawinski, warum sponsern Sie die Expo No 2? Ich sage es Ihnen. Tele24 ist number one unter den Fernsehsendern, die das Eigenprogramm immer wieder holen. Ja, schon, aber ich meine mehr die ideellen Gründe. Ideell finde ich gut. Tele24 ist während 24 Tagen da auf der Expo. Auf einer Fläche von 24 Quadratmetern ist meine Idee gewesen. Aber man kann nicht anrufen. Ich finde es schade, dass die Expo No 2 nicht Expo 24 heisst. Echt. Vielen Dank, Herr Schawinski. Das war der Bericht über die ersten Expo-Sponsoren in dem Pavillon in Morte. Und jetzt schalten Sie zurück zum Hugo Bitschi mit den Nuss. Nein, ich gebe es zurück ins Kaufreiter. Who cares?